Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Forces of Corruption Expansion. Folgendes, wir fangen jetzt einfach mal das Gefecht im Raum an. Ähm, und... Was ist das? 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 Ja, das klingt gut. Ähm... Jetzt ist nochmal ein bisschen mehr hier. Ich weiß es sehr, weiß ich will genau. Einfach können... Von der Deutsch-Karte aus... Äh... Äh... Ich bin mir das letzte Mal glaub ich auch. Ich bin mir nicht sicher. Bist da schon. Müsst ihr schon schauen. Los geht's. Kossa, ein weithin unwirtliche und trostlose Welt im Outer Rim, besitzt eines im Übermaß des einträglichen und ältigartigen Blütenes, den Wurz. Um überhaupt Leben auf Kossa zu ermöglichen, hat man ein bei Minenbau sauerstoffproduzierte Fabrik gerichtet, die eine dünne Atmosphäre erzeugen wird. Die Minen selbst befinden sich weit unterhalb der unkopfbaren Oberfläche. Läufig werden Gefangene dazu gezwungen, vorausend nicht in den dunklen Minen zu arbeiten, wo sie Energiespinnen und andere Gefahren zum Opfer fallen können. Müsst mir fehlen Alien-Spezies, kalt und trocken, Alkali-Ebenen, Kalles-Felsen-Gebirge. Ja, das ist Kossa. Einsatz bereit. Aufrüstung läuft. Star Viper-Geschwader meldet sich wie bevor. Wir sind hier. Rücken vor auf eure Position. Waffen sind scharf. Station bereit. Das hätten wir erstmal. Oh, das war ja so geschützt. Geil. Wir sind bereit. Setzen Kurs auf diese Koordinaten. Dann haben wir gleich noch die Station. Aufrüstung abgeschossen. Ich bin schon gespannt auf die sich die Penasor-Konzer kaufen können. Die brauche ich dringend. Wirklich dringend. Gebäude wird errichtet. Bitte Anweisung wiederholen. Aufrüstung abgeschossen. Bereit. Was befehlt ihr? Gegnerisches Spiel entdeckt. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich tatsächlich mich umsetzen kann. Aber was das geschaffen wird, wir können sehen, was die anderen beiden jetzt machen. Also... So wird ja... Und... Der... 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 Der Raumstation wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Aufrüstung abgeschossen. Wir sind auf der Ding. Das ist einfach ein bisschen bedenkt. Ich würde gerne als Geschütz werden. Was ich liebend gerne mache. Gebäude hier errichtet. Befehl bestätigt. Da bin ich wieder. Folgendes ist passiert. Das Spiel hat gecrashed. Das ist einfach komplett abgeschossen. Und... Und... Ist das einfach nicht mehr lustig. Der Riech... Eigentlich ist es aber nicht so schlimm. Gegner nähern sich. Auf jeden Fall ist es ein bisschen nervig. Das ganze seht ihr jetzt nicht so. Mal von vorne. Das heißt, ich werde insgesamt drei Videos hochladen. Und ich glaube, das ist alles aus. Geil. Aufrüstung abgeschossen. Gebäude wird errichtet. Aufrüstung abgeschossen. Aufrüstung abgeschossen. Das kann ja dauern. Konstruktion abgeschlossen. Kann ich auch mal ein bisschen vorspulen. Aufrüstung abgeschossen. Aufbau beginnt. Wir sind bereit. Bitte Anweisung wiederholen. Konstruktion abgeschlossen. Bereit. Gebäude wird errichtet. Wir setzen Kurs auf diese Koordinaten. Die Station wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Befehlsempfang war gestört. Bitte wiederholen. Ende. Was sollen wir tun? Hälfte angelegt. Aufrüstung läuft. Raumstation wird angegriffen. Wir sind unterwegs. Aufrüstung abgeschossen. Aufrüstung läuft. Aufrüstung abgeschossen. Aufrüstung abgeschossen. Aufrüstung abgeschossen. Hier gebaut. Verstanden. Befehl bestätigt. Konstruktion abgeschossen. Aufbau beginnt. Neue Verstattung. Melde mich. Bewegungsbefehl bestätigt. Wird gebaut. Aufrüstung läuft. Konstruktion abgeschlossen. Aufbau beginnt. Aufräum. Aufrüstung abgeschossen. Verstärkung unterwegs. Verstärkung nicht verfügbar. Verstärkung unterwegs. Verstärkung verfügbar. Verstärkung unterwegs. Verstärkung verfügbar. Verstärkung verfügbar. Melde mich wie befohlen. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. unverfügbar verstärkungen verfügbar das ist fahrzeug produziert fahrzeug meldung wird entschlüsselt fahrzeug 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 Aber das soll nicht so schlimm sein. Wenn es mir gefallen hat, ist noch ein Runder. Ein Abo geht nach Hause. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Denn es heißt, es ist auch ein Abo aus Hörabschieden. Viel Spaß noch! Bye-bye!